Und Alp Moinsen zu Das sagt die Statistik, hier der Spieltagstipp-Video bei mir als Fan von Statistiken und als Fan von einem Klub im Abstiegskampf, also vom VfB natürlich hier. Vier der fünf Klubs, auf die ich hier schaue, ab Platz 14, haben tatsächlich Auswärtsspiele, also schwere Geschichten. Wir gehen mal durch. Start auf Platz 14, VfL Bochum eröffnet den Spieltag in Frankfurt, direkt ein Duell mit Heimrecht für Frankfurt, ein klares Siegesplus, tatsächlich keine Unschieden in den Duellen von denen. In den letzten zehn Spielen heim und auswärts auch ein Frankfurt-Vorteil und das ist das Duell Platz 6 gegen Platz 14 tabellarisch, 15 Punkte Unterschied, Platz 7 der Heimtabelle gegen Platz 16 der Außertabelle. Bochum ist aktuell wieder besser in Form, zwei Siege, Außertabell generell schwächer. Frankfurt ist schwächer in Form, aktuell kein Sieg in den letzten fünf Spielen. Letztes Spiel von Bochum, ein überraschender 1-0 Heimsieg gegen Leipzig, letztes Spiel von Frankfurt, eine Niederlage bei Union Berlin. Statistisch sagt es in der Vergangenheit auf jeden Fall Frankfurt-Sieg, aktuell ist auch wieder Bochum, ein bisschen in der Rechnung dabei, Unschieden, also nicht ganz vom Tisch, sag ich mal, aber auch vom Tabellenposition her, vom Standing her aktuell ist das schon eher ein Frankfurt-Sieg. Auf Platz 15 dann Hoffenheim, am Sonntag Aussatz bei Werder Bremen. Im direkten Duell mit Heimrecht für Bremen lief es bisher schlecht, in den letzten zehn Spielen immerhin aussieglich, nur ein Sieg mehr als Bremen. Das Duell ist Platz 11 gegen Platz 15, 9 Punkte Unterschied, Platz 15 der Heimtabelle gegen Platz 13 der Außertabelle. Hoffenheim vor dem letzten Spiel schlecht, jetzt aber eben der erste Sieg. Bremen vor dem auch eher schwächer, auch Außertabelle ist bei dem besser als die Heimtabelle tatsächlich. Hoffenheim letztes Spiel der wichtige Heimsieg gegen die Hertha mit 3 zu 1, letztes Spiel von Bremen 1 zu 2 in Mönchengladbach. Statistisch ähnlich wie vorhin schon, es ist eher Bremen, aber Hoffenheim kann sich da auch ein bisschen Hoffnung machen, eben durch das Momentum vielleicht von dem Berlin-Spiel Unschieden auch nicht ganz vom Tisch, Hoffnung aber eher auch Tabelle und Tabellarisches und Standing und so weiter wieder hier eher der Bremen-Heimsieg. Auf Platz 16 aktuell Hertha BSC, Relegationsplatz, die dürfen oder müssen, wie man es nennen will, nach Freiburg. In direkten Duellen mit Heimrecht für Freiburg ist tatsächlich ausgeglichen, hätte ich so auch nicht gedacht. Letztes sind Spiele leichter Vorteil für den Sportklub aus Freiburg. Das Duell Platz 4 gegen Platz 16, knackige 25 Punkte Unterschied, Platz 5 der Heimtabelle gegen Platz 18 der Außertabelle. Hertha vor den letzten Spielen gemischt, ein Sieg, Unschieden, drei Niederlagen. Letzte Außertabelle tatsächlich, ist auch eine klare Geschichte bei Hertha. Freiburg setzt auch eher durch Wachsen, beide Niederlagen aber eben auch halt gegen Juventus, die ich hier genannt habe, in den letzten fünf Spielen. Das letzte Spiel von der Hertha war die harte Niederlage in Hoffenheim. Freiburg auch gerade am Ende nur noch einen Punkt geholt in Mainz, noch den Ausgleich gefangen. Statistik spricht diesmal einen Ticken klarer, auch der Tabellenunterschied und die ganzen Geschichten, der Auswärtsserie von der Hertha, das ist ein Freiburg-Sieg. Auf Platz 17, erster Abstiegsplatz, aktuell Schalke 04, einziges Heimspiel da unten von den fünf Klubs, das sehe ich hier, nenne, gegen Leverkusen. In direkten Duellen mit Heimrecht für Schalke hat Leverkusen leicht den Vorteil. Letzte zehn Spiele ebenso Leverkusen-Vorteil. Es ist das Duell Platz 17 gegen Platz 8. Ganzes 16-Punkte-Unterschied. Platz 18 der Heimtabelle gegen Platz 7 der Auslustabelle. Schalke-Form ist aber weiterhin gut, kann man ja nicht anders sagen. Keine Niederlagen aktuell, Heimtabelle überraschend schwach, aber muss ja nichts heißen für die aktuelle Phase. Leverkusen absolut im Aufwind, fünf Siege, Europa League weiterkommen, die Bayern geschlagen, letztes Spieltag. Letztes Spiel von Schalke in the last minute, 1 zu 1 bei Augsburg. Und wie gesagt, Leverkusen letztes Spiel war der starke Heimsieg, 2 zu 1 gegen die Bayern. Statistik sagt Leverkusen, die Form, Tabelle, der Kader. Aber Schalke-Serie, ohne Niederlage. Vielleicht geht da doch was für die Schalker gerade zu Hause. Statistisch aber ganz klar Leverkusen, auch der Jens-Ausfall, weil Schalke wahrscheinlich ein bisschen böse in der Defensive. Deswegen tippe ich hier auf Leverkusen. Oder die Statistik sagt hier Leverkusen. Leverkusen aber eben leider auch immer wieder bekannt dafür, dass du dich eben gerade auf die nicht verlassen kannst, die auch immer für Quatsch da sind. Mal gucken. Auf Platz 18 aktuell wir, der VfB Stuttgart. Juhu. Auswärts bei Union Berlin am Samstag. In direkten Duellen mit Heimrecht für Union gab es bisher noch keinen Sieg für uns. Letzte neun Spiele. Mehr gibt es noch nicht in direkten Duellen. Ja, sehr viele Unentschieden tatsächlich dabei. Das ist das Duell Platz 3 gegen Platz 18. Knackige 28-Punkte-Unterschied. Das ist Platz 4 der Heimtabelle gegen Platz 17 der Austabelle. Unsere Form zuletzt schwächer, sonst bist du nicht auf Platz 18. Nur ein Sieg. Kein Auster-Sieg seit dann über einem Jahr und drei Monaten mittlerweile. Union zuletzt auch durchwachsen eher. Nur ein Sieg, da aber auch eben das Europa-League-Ausscheiden mit dabei in den letzten fünf Spielen. Das letzte Spiel von uns, das jämmerliche 0-1 gegen Wolfsburg. Union zuletzt Heimsieg gegen Frankfurt. Statistik spricht auch hier klarer. Das ist nämlich klar für Union. Wenn man auch wieder auf Heimtabelle oder Austertabelle guckt, jeweils bei den beiden Klubs. Hoffen natürlich. Wir haben in direkten Duellen sehr viele Unentschieden gehabt. Da es vielleicht doch irgendwie ein Punkt drin ist. Schalke hat es auch schon geschafft dort. Aber Statistik, und darauf ist das hier der Hauptfokus in dem Bereich vom Video, sagt Union. Hier ist der Rest des Spieltags auch noch ausgefüllt und getippt, dass auch so ein bisschen immer noch ein bisschen fancy mit dabei ist. Klar, der erste Teil hier ist Statistik. Was sagt die Statistik? Und jetzt die Tipps am Ende des Tages dann auch so ein bisschen noch mit Fanbrille getippt. Weil natürlich auch wir als VfB-Fans so hoffen, dass der Rest da unten natürlich weniger performt. Auch wenn es Statistik vielleicht mal hergeben würde. Das ist so ein bisschen Mischmasch hier, die Tipps. Gerne eure Meinungen und Hoffnungen in die Kommentare dazu. Und mit den Tipps über die Tabelle, wie ihr es auch schon hier seht, so aussehen. Wir haben weiterhin auf 18. Nicht so schön. Lasst mir gerne kostenlos ein Like und ein Abo da, falls ihr nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.